In der Arbeit fahren und ohne die Stangen hätten wir die Straße nicht gesehen und so schaut es aus, das ist die Horizont der Welt und so schaut es hier aus. Wie beschließt das deine Frau? Ich lasse das nach Indien, kann ich auch gut zu Bengali auf meiner Muttersprache sprechen für eine Minute. Scheiße. Ich bin schon ganz wohl zu Bengali, aber das war mir nicht der Ich bin gar nicht direkt, wo ich mich nicht interessiert und so die Frau war, dass es so eine Frau ist. Ich bin schon ganz langsam, ich bin gerne in die Schule und Frau sch processo, in den Wohi. Ich habe mich nicht in die Frage, sondern auch in die Schule. Ich habe mich nicht glücklich. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht selbst in die Schule, studie, wie es das für uns im Leben angeht. In der Schule sind die Schule größten. Es ist eine große Herausforderung, die wir hier haben. Wir wissen, dass die Reise der Reise der Reise ist. Wenn wir die Reise haben, dann wird die Reise der Reise geöffnet. Denn die Reise haben nicht geöffnet. Der ist eine Bedeutung und die Strecke. Wir haben der OP einen Ort, wo wir uns verliehen sind. Das ist eine Bedeutung und wir haben einen Ort in einem Ort. Aber wir sind hier im Moment. Wir haben uns über einen Ort. Aber wir haben uns auch einen Ort. Der wird derirdisch aufgewachsen. Musik Copyright Copyright Ammar Showkari Seh gari chalatze Hallo Hallo Das schaut so schön aus eigentlich hier Bitte in 250 Metern rechts abbiegen in den Wüterweg wargeltu Etunji ki khet ikhane Charzbaas hai Gadi aas chaga thai ki Amara brake kushe chita jenito noda gyalo Jetzt rechts Abbiegen in den Wüterweg wargeltu Navigation Bole dech chay amadar Wohan ta season weg Eshrivaakshamaya Mie yeha ka hai kaze jai Aj kesha ndkje shongel loka Ich weiß nicht, was ich?